Es ist okay, wenn ich nicht stimme. Ich überprüfe es zu mir. Es ist ja doppelt, also bedeutet zwei Sachen. Ich bin jetzt gerade draufgekommen. Es ist okay, wenn ich nicht die reguläre Stimme, und zweitens, dann stimmt sie halt ganz einfach nicht. Ein Lied über Freundschaft. Du weißt, ich bin für dich da. Was dann über mich hinter Rucksbrett grüßt. Ich weiß, wann geht dein Sohn. Ich weiß nur noch eins mit der Einzige an mir. Liebe, das du er gibst, kommt irgendwann zurück zu dir. Liebe, das du er schenkst, kommt irgendwann zurück zu dir. Niemals sollst du ganzer Land sein, und ein Freund, der dir die heilt. Niemals sollst du fremd sein, man schwingst du in diesem Kalt. Du bist wie eine gute große Schwester für mich. Ist mir immer noch wichtiger wohl. Was dann die hinter Rucksbrett, eine Hacke ins Kreis. Die Wad ist ein Fühl, die du es tun. Ein, so eins, bitte eins, komm mir. Liebe, das du er gibst, kommt irgendwann zurück zu dir. Christ. 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 Kriss Heitzmann 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 Kriss Heitzmann